Hallo liebe RV-Freunde, gute Neuigkeiten für alle Autofahrer. Die Bohrarbeiten hier am Nordkreisel in Lohne sind fast beendet. Es müssen nur noch einige kleine Sachen gemacht werden. Und dann muss der Asphalt noch ca. eine Woche ruhen. Dann kann der Kreisel auch schon wieder befahren werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten 8 Wochen dauern. Nach Angaben der Stadt Lohne werden sie jedoch früher beendet werden können. Und am Ende muss nur noch aufgeräumt werden. Mehr dazu findet ihr am 30. November in der OV-Print.